Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Last Day on Earth und ja, wir sind wieder hier. Also ich wollte es nicht unbedingt auf mich sitzen lassen, deswegen sind wir halt wieder hier, damit ich die ganzen Sachen normal machen kann. Ich will nämlich unbedingt Eisenerz mitnehmen. Guck mal, hier unten haben wir schon das erste Eisenerz und werde ich sofort abbauen. Ich habe mir auch extra eine Spitzhacke mitgenommen und so und ja, vielleicht überleben wir diesmal die Sache. Schauen wir mal. So, den ersten haben wir schon. Sobald ich fertig bin am Ende, ich achte nicht darauf, dass ich, so wie beim letzten Mal, wäre ich einfach weggeblieben und nach Hause gerannt, dann hätte ich das wahrscheinlich alles unbeschadet mitnehmen können. Nein, oh Gott, falsche Taste, hör auf damit. Ja, und so eine 0815 Waffe habe ich natürlich auch. Obwohl, ist keine 0815 Waffe, weil 0815 Waffe ist tatsächlich eine Waffe gewesen damals. Wer es nicht weiß, werde ich mir gleich mal reinhelfen. Ein bisschen Leben kriege ich ja damit auch zurück. So. Mir geht es halt hauptsächlich um dieses ganze Eisen. Deswegen mache ich das, weil das ist halt ganz schön rar bei mir. Deswegen bin ich halt hier mal wieder. Und hier gibt es halt mehr Eisen als in dem anderen, in dem, welches halt nicht so gut ist, also nicht so gefährlich, so. So, gut, haben wir wieder drei Eisenherz. Jetzt haben wir insgesamt 18, das ist schon mal ganz gut. Für zwei jeweils kriegen wir... Da ist noch ein Tier. Also für zwei kriegen wir mal jeweils ein Eisenbarren. So, ein Tierchen. Vielleicht komme ich da ran, an das Tierchen. Ich weiß aber nicht jetzt, ob die Kisten bewacht werden oder nicht. Ah, jetzt rennt er weg. Ja, mach mal auf. Vielleicht ist da was auch hier bei... Was zum Anziehen oder so. Das, was ich mir irgendwie erhofft habe. Nehm ich alles mit. Die brauche ich nicht. Davon habe ich schon eine. Die kann ich vielleicht essen. Dann lasse ich... Ich kann sie aber hier. Weiß nicht. Trinken? Das ist eigentlich eine Wasserflasche. Die brauche ich auch nicht unbedingt. Aber das nehmen wir mal mit. Bei unseren Schrott haben wir... natürlich auch schon... Oh, ein Grill. Unseren Schrott haben wir natürlich auch schon wieder... Eingeschmolzen. Wollte ich eigentlich nicht. Deswegen ja das Eisenerz. Weil den Schrott, den brauchen wir halt auch für andere Sachen. Oha, geil. Wann ordentlich zu essen. Ähm... Wie sieht denn überhaupt aus? 92, 97. Ja, geht ja. Das Wasser trinke ich später, wenn ich wieder Platz brauche. Ja, darum geht es eigentlich immer hauptsächlich. Man braucht immer Platz. Was ist das für ein Zombie? Oh, und dann noch zwei. Wenn ich jetzt anfange zu hacken, dann kommen die wahrscheinlich an, oder? Würde ich gleich Schleichangriff machen, oder? Aber geht halt auch nur bei einem. Einwanderer Zombie ist normaler. Der andere kommt dann auch wieder an die Rand. Boah, ey, gut. Ey, ich habe echt nicht damit gerechnet. Was macht denn überhaupt die Waffe für Damage? 14. Ja, geht so. Da ist wieder ein normaler. Kommt da wieder der Hirsch. Wir sind schneller Beiser, wir sind robuster. Und jetzt kommt wieder so ein Speyer, äh... Die muss ich jetzt... Aua, scheiße. Gift. Gut, ich vergifte. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch einer. So, ich widme mich wieder dem Eisenerz. Dann hoffe ich, dass die Spitzhacke noch so lange durchhält. Das ist nämlich nur eine normale halt, ne? Äh, oha. Hör mal auf damit. Lieber Eisenerz, statt nur Steine. Obwohl, Steine können wir auch hier brauchen, ne? Die Kiste da oben, denke ich mal, die haben wir schon, ne? Sind wir nicht von daher? Komm gerade, ja, ne? Oder waren das unten zwei Kisten? Oh, Werkzeug beschädigt. Verdammt. Jetzt muss ich doch noch hier... Hier... Ein gewöhnliches Holz. Hatten wir unterwegs noch... Warte mal. Wie viele Steine haben wir jetzt? Drei. Gut, reicht. Wir haben noch zwei Holz für eine Spitzhacke. Ja, das waren die... Ja, das war der Grill. Wir gehen mal hier lang, wo noch safe ist. Da. Ach nee, das ist ein Baum. Warum liegt da irgendwo ein Ast rum? Ne Hacke habe ich jetzt nicht. Ne Axt, äh, Beil. Man darf auch nicht laufen hier, ne? Sonst kommt gleich mal einer an. Guck mal, da steht schon wieder einer. Noch einer. Ich will doch nur Holz haben. Oh, hier ist so viel Eisen. Muss ich mir alles mitnehmen. Wenn es geht. Wenn ich noch einen... Oh, der guckt ja auch noch hier in die Richtung. Ach, das war so klar. Hau ab, Mann. Stinke ich schon wieder? Ne, eigentlich nicht. Ich habe mich doch leise bewegt, oder nicht? Keine Äste, die hier rumliegen, ne? Oh, da guckt schon wieder einer hier in meine Richtung. Ah, nee, das kommt doch an. Oh nein, nur noch ein Giftspeier. Spei woanders hin. Aua, Mann, ich sterb doch gleich. Verdammt. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich muss jetzt abhauen, ne? Hat sich ja gar nicht gelohnt. Was soll das denn? Macht es Sinn jetzt, mit acht Leben noch wieder reinzurennen oder gleich nach Hause? Keine Ahnung. Zu Hause habe ich ja was zu essen. Warte mal, ich habe ja so auch was zu essen bei, ne? Ne, komm, dann hauen wir ab. Ich gehe das Risiko nicht nochmal ein. Ich gehe dort nicht nochmal ein. Das haben wir in der letzten Folge nämlich schon mal gehabt. Und das will ich nämlich nicht nochmal. So. Eintreten. Jetzt sind sie hier alle. Doch nicht. Das wird. Alter, jetzt ist da einer und der haut mir voll die acht Leben aus dem Hals. So, alles klar. Dann sind wir wieder zu Hause. Ein bisschen. Oh ja, geht ja noch. Ja, einigermaßen. Man hätte mehr rausholen können. Hätte ich jetzt noch ein paar Stöcker geholt, äh, gefunden. Dann hätte ich noch mehr rausholen können. So, da kommt erstmal dieser 20er rein. Wir sollen mal erstmal beraten. Wie sieht es überhaupt aus mit unserem Holz? 14. 14 ist okay. So, dann Steine. So, die kommen da rein. Hier haben wir das. Die werden darauf. Ist jetzt 50 schon. Ach, da ist bei 50 Schluss, ja? Alles andere kann nur 20 maximal. Hier auch. Der hier wahrscheinlich auch. Aber Schrott. Schrott kann 50. Ja. Begreife ich irgendwie nicht. Alles. Egal was. Na gut, hier haben wir nichts erst deckt. Genauso. Alle 20. Hier auch 20. Ach, wieder viel. Viel zu wenig Holz. Ich muss unbedingt mal wieder... Aber das kann man ja offscreen machen, ne? So, nehmen wir mal. Nee. Äh... War jetzt hier. Bolzen. Genau. Aber Bolzen brauchen wir für die Waffendrehbank auch noch, ne? Ähm... Kleber haben wir hier noch. Geht nur rin. Ja. Wasser, Essen, Pelze noch. Soll ich die Pelze zu Leder verarbeiten oder erstmal hier reinpacken? Ich würde sagen, die packe ich erstmal hier rein. Weil wir haben so viel Leder schon, ne? So. Die schmeiß ich mal in die Kiste. So. Haben wir 20, 20, 11. Hier ist schon was passiert. Na, selbstverständlich. Hier ist auch was passiert. 20 haben wir davon. Dann können wir die... Ne, weiß ich gar nicht, ob wir den nächsten Tisch überhaupt machen können schon. Ich kann hier mal gucken. Ähm... Den... Das war der... Ne, der Nähtisch oder Schneidertisch. Genau. Haben wir... Haben wir... Weiß ich nicht. Ne, die haben wir auf keinen Fall. Die haben wir jetzt ausgegeben, ne? Die haben keine Gummidinger. Äh... Gummidichtung-Ringe. Hier auf jeden Fall nicht. Und hier auch nicht. Ne, dann nicht. Dann... Müssen wir erst wieder sammeln. Na gut. Aber wir können ja trotzdem immer noch, ähm... Holz zu Bretter verarbeiten. Und dann... Ja. Haben wir es. Irgendwann. Ach, 10 kriegen wir da raus. Ach, aus... Okay. Die werde ich aber trotzdem weiterhin verarbeiten. Genauso wie Holz. Da haben wir jetzt 21er. Die machen wir noch zu Bretter. Der Rest wird für... Oh, hier hätte ich auch gerne eine Tür gehabt. Jetzt renne ich hier mal außen rum. Äh... Ja. Hier einmal... Holz. Braucht man wahrscheinlich irgendwie. Ja, na logisch brauche ich das. Weil, ähm... Ich will ja hier die Dings hier alle irgendwann mal erweitern. Außerdem... Jetzt habe ich Holz gehabt. Dann habe ich es trotzdem nicht gemacht. Mal gucken, wie viel Wände ich damit hier hinstellt kriege. So. Mhm. Da. Nee, da war es nicht. Äh, hier. Äh, Wände. Und zwar... Hier oben eine. Zack. Zack. War hier eine Tür drinne? In der Mitte, ne? Eigentlich? Ist egal. Ich kann ja hier vorne die Tür reinmachen. So. Dann wieder Wände. Fenster braucht man nicht, oder? So, zack. Alles gesichert. Und wenn ich die jetzt erweitern will, dann kostet mich das... Normale Steine und Bretter. Okay. Gleich mitmachen, oder nicht? Ich weiß ja nicht... Nicht, dass nachher die Zombie-Hall kommen, dann sind wir alles hin. Dann habe ich die ganze Sache hier umsonst gemacht. Wie viel Holz ist denn jetzt noch über? Äh, naja, die kommen dann hier erstmal wieder rein. Und... Da brauche ich normale Steine. 20, so. Und... Einmal Bretter. So, mal gucken, wie weit wir kommen damit. Ich fange mal hier an, so. Weil hier haben sie kaputt gemacht. Deswegen fange ich hier an. Äh, so. Ups, 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 ups. So, einmal hier. Zack, verbessern. Hallo, geht das nicht? Warum geht das nicht? Hallo? Habe ich doch, oder nicht? Oh, 10 und 20, was? Wie teuer ist das denn? Warum ist das so teuer? Dann verstärke ich nur die Tür, wenn es geht. Da kann ich... 25. Habe ich die jetzt verstärkt? Nee. Ach, die Tür braucht mehr Bretter. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Da muss ich ja noch mehr suchen... Äh, sammeln. Dann bist du ja nur am Sammeln. Nur am... Boah, geht ja gar nicht. Oh, Junge. 10 und 20. Nee, dann sammle ich erst noch. Wer weiß, wofür ich die Steine sonst noch brauche? So. Bleibt erstmal hier. Der Schinken, der kommt bei den Hunden hinein. Nein. Auf damit. So. Schinken. Und essen sie das auch? Weil das ist für mich am besten, wa? Wie lange brauchen die noch? 15. 15. 15. Und 19. Oh. Cute. Okay. Dann haben wir das, haben wir das. Warten wir noch hier. Trinken. Und trinken kann ich gleich. Saufen. So. Duschen noch. Und wo haben wir das nächste hin? Holz holen, wa? Ich würde sagen Holz. Guck mal, Eisen haben wir jetzt ein bisschen. Wird zwar nicht reichen. Wir brauchen noch irgendwas Heilung. Unbedingt. Müssen wir noch irgendwas essen? Wahrscheinlich. Ich esse das. Nee, warte. Wir können ja das hier essen. Möhren. Und Tees muss ich mal... Ach, guck mal hier. Kann ich ja auch noch. Hm. 40. Wie viel bringt der denn? Äh... Gebratener Truthahn. Sieht echt toll auf dem Festtagstisch aus. Komm, gönn ich mir. Hat nicht mal voll gemacht. 108. Ein bisschen fehlt noch. Aber dafür esse ich jetzt nicht den anderen. Der kommt dann wieder rein. Wasserflasche kommt in die Regentonne. Oder Auffangbehälterdings. Oh, geht gar nicht weiter. Weil 20 ist maximal. Ist ja kein Schrott, ne? Ach komm, wir könnten noch mal duschen gehen. Sicher ist sicher. So, einmal duschen. Ja, und dann... Ähm... Holz. Holz, ja. Ist wichtig. Gut, einmal fertig. Dann kommen die hier wieder rein. Auch wieder voll. Irgendwann muss ich mir mal Tee machen. Oder ich mache noch einen zweiten Grill. Einmal für Möhren. Einmal für Bären. So, ist voll. Ist voll. Ja, geht so. Die Waffe geht auch noch in Ordnung. Ich glaube, ich nehme hier einen so eben mit hier. Äh... So, und dann packe ich mir den hier in die Schnellauswahl. Oder... Warte mal. Ich kann ja noch... Dann nehme ich das Straßenschild mit als Zweitwaffe. Den packe ich mir denn hier rein. Dann habe ich hier... Ne... Für schnelle Angriffe. Und hier halt zum Schleichen einmal draufhauen. Müsste eigentlich gehen. Also stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Und der ist dann halt nur so... Okay, gut. Klamotten haben wir leider keine mehr. Die müssen wir uns irgendwie zusammensuchen. Und genau... Siehste. Jetzt hätte ich fast die Steine alle verbraucht. Ich gönne mir mal noch... Ähm... Ein normales Beil. Ein normales Beil. Fertigen. So. Dürfte ja eigentlich rausreichen, ne? Hoffe ich. Steine müssen rumliegen, falls wir irgendwie mal brauchen. Ja, und dann... Ziehen wir mal los wieder in den Wald. Und dann... Auf Hoffnung zu überleben. So. Na, dann los. Ähm... Ach, ich kann auch da raus. Gut. So weit, so gut. Dann hier nochmal hin, wa? Oder hier mal hinwagen. Aber ich glaube, das ist so krass. Ich laufe hier hin. Das ist... Ich sag mal, ist noch machbar. Wir wollen ja eigentlich Holz holen. Ich fange an mit Holz holen. Und dann, äh... Damit wir das Inventar voll kriegen. Eintreten. Virus. Ja, ja. Überlebende Immunität. Wir haben ein Virus entwickelt. Aber können Zombies... Okay. Guck mal, hier ist ja schon ein Bäumchen. Dann fangen wir mal an. Und da ist schon ein... Zombie oder irgendwas. Kann man jetzt echt schleichen hier? Na gut, dann wollen wir mal. Was ist das für einer? Hirsch. Hä? Kann ja gar nicht sein. Achso, da. Normaler ist das, ne? Den kriegen wir natürlich so schnell weg. Hier können wir noch ein bisschen so sammeln. Und hier hacke ich trotzdem. Da oben ist noch eine Kiste. Ehrlich gesagt will ich gar nicht gucken, was da in der Kiste drin ist. Aber... Neugierig bin ich ja doch. Aber... Wenn da ordentlich wieder Loot drin ist, dann haue ich mir nur wieder die... Das Inventar voll. Und dann... Ja, bringt das nicht hier weiter... Holz und so. Weißt du? Und meistens wird der dann auch immer, ähm... Beschützt auch so. Bewacht. Na gut, nicht meistens, aber... Na? Jetzt komme ich mir die Tasten hier gerade nicht klar. Ne, die lasse ich mal, die Pflanzenfasern. Die brauchen wir jetzt aktuell nicht. Die haben so viel Samen und so viel Pflanzenfasern. Ich weiß ja gar nicht, was ich damit anfangen soll. Na gut, okay. Der Loot geht voll klar. Da oben ist noch ein... Da ist noch einer. Den kriegen wir so weg, glaube ich, oder? Sehr gut. Gleich wieder schleichen. Ab zum nächsten. Das ist ein normaler, wandernder Zombie. Jetzt wird der andere aufmerksam, ne? Ne, gar nicht. Okay, wieder runter. Oh, das ist ein Dicker. Au. Den Krieg so. Ah, schnell. Oh, fuck. Äh, ich brauche eine Heilung. Eine kleine. Muss ich mir jetzt das Ding reinhelfen? Sonst hätte ich einfach was gegessen. Oder schnell raus und wieder rein. Ein Schlag und ja, ich bin weg. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ich will aber weitermachen. Ich will jetzt nicht nach Hause. Weil das hätte sich ja gar nicht mehr gelohnt. So, gleich wieder eintreten. Wahrscheinlich komme ich wieder von unten links wieder in die Map rein. Ja, gut. Dann schleichen wir mal weiter. Die Kiste habe ich leer gemacht. Gut, da ist noch ein Bäumchen. Ich sollte mir noch den, nein, den hier. Ich sollte mir noch den, ähm, ja, den Loot holen von den Zombies. Weil wenn da nämlich diese Lappen drin sind, womit ich Verbandzeug mache, dann ist das gar nicht so verkehrt. Ist der wieder, ja, die meine ich nämlich. Ist der wieder voll? Ne, ach cool. Ein Schlag mit dem dürfte eigentlich ausreichen, oder? Jawohl. Und ein Levelaufstieg. Gleich mal gucken, was abgeht. Ähm. Essen stellt 4% mehr Gesundheit wieder her. Das bräuchte ich, glaube ich. Mit Kupfer habe ich noch gar nichts zu tun, ne? Und Kälte eigentlich auch noch nicht. Habe ich aber beim letzten Mal schon gesagt, ne? Und beim nächsten Mal, mal gucken. Ich nehme mal hier, äh, nimm mal satt. Bestätigen. Was hat denn der Dicke für ein Loot gehabt? Oh, gut. Was hat er hier? Ah, Säle sind okay. Ja, da war noch ein Bäumchen. Und da oben ist noch ein Zombie. Okay, ist ein normaler. Nein. Oh, verdammt. Warum? Geh weg. Oh, jetzt ist der auch aufmerksam geworden. Shit. Wie gehen wir vor? Aua. Oh, noch einer. Schnell raus. Und wieder rein. Oh, da kamen jetzt alle auf einmal. Das hätte ich nie im Leben geschafft. Erstens habe ich keine Rüstung. Ja. Das ist eigentlich schon das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Ich sollte mir unbedingt irgendwas herstellen. Ich weiß aber nicht, was der, äh, Nähtisch da oder der Schneidertisch eigentlich kann. Ach ja. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich lauf mal. Oh. Ah, verdammt. Der rotzt gleich an. Ne, macht er nicht gut. Jetzt gönne ich mir erstmal Dosenfutter. Zweimal. Hat mich ein bisschen aufgeladen. Von der Gesundheit her. Oh, Steine müsste ich mitnehmen, ne? Falls dir, äh, der Beil kaputt geht. Da habe ich schon zwei. Noch ein Holz. Hier kann ich Holz hacken. Kann sein, dass ich auch viel zu vorsichtig spiele, glaube ich, ne? Viel zu defensiv. Ja, was soll ich denn machen? Sterbe ich nachher wieder? Und genau in dem Gebiet hier kriegst du aber die Leiche nicht wieder. Das ist ja das Problem. Sonst werde mir das ja eigentlich auch fast egal. Ich kann ja immer wieder hin. Bunker Alpha zum Beispiel. Da kriege ich ja immer wieder die Leiche. Also kann ich immer wieder die Leiche zurückholen. Guck mal, den loote ich hier auch mit. Damit ich wegen... War jetzt nicht hier irgendwo noch zwei, ne? Ne, ne? Ein Busch. Den habe ich leer gemacht. Gut. Okay, hier ist noch ein Baum. Oh. So, haben wir den auch? Wie viel Holz haben wir jetzt überhaupt? 2020. Okay, gut. Und hier ist noch ein Siemer. Naja, wir sammeln noch. Oh, nein. Geh weg, Alter. Achso, oh. Greif mich doch auch gleich an, oder was? Rutanfleisch. Her damit. Oh, jetzt. Der holt bestimmt gleich die Waffe raus, sondern er schießt mich. Ey, den haben wir schon so oft gehabt. Muss mich unbedingt, äh, hier. Hat er den losgelöscht? Oh, geil. Und den Dings auch noch. 109 haben wir jetzt. So. Oha, da ist noch ein... Was ist das für einer? Hey, kriegen wir den weg? Jo, kriegen wir. Oh, der ist so schon weg. Nein, nicht schon wieder. Ach, komm, geht weg, Mann. Ey, dafür wollen wir wahrsehen. Ey, schaffe ich nicht. Alter, wie schnell die einfach an die Rand kommen, ja? Jetzt locke ich auch noch den Hund ein. Oha, oha, oha. Hauptsache, den weitesten Weg nach draußen nehme ich. Den weitesten. Oh, drei Leben nur noch. Drei Herzen. Ich hab, ich weiß, ich hab noch eigentlich den Verbandszeug-Dings hier. Den, äh, Sunny-Kasten da. Nochmal eintreten. Ich hoffe nicht, dass jetzt einer kommt. Den nehme ich mir sofort. Äh, hätte ich auch draußen nehmen können, ne? Ich kann ja auf dem Inventar zugreifen. Los, nutzen. Zack, wieder voll. Oh, noch ein Steinchen. Weil die Axt macht auch nicht mehr lange. Sollte ich mir noch eine Axt machen? Äh, ein Weil? Ich mach mal, ne? Gut. Weiter geht's. Wir suchen jetzt nur Bäume. Nur Bäume. Nur weil da irgendwo ein Zombie rumsteht, renne ich da nicht wieder sofort hin. Ja, gut. Alles klar. Hat sie auch schon wieder erledigt. Den Donnern war so weg. Wenn's möglich ist. Gut, der hat uns nur einen Schlag gegeben. Einmal Holz, bitte. Schleiche ich? Nee. Was ist das überhaupt hier? Ach, Modifikation. Steine mitnehmen oder nicht? Ja, wa? Besser wäre. Wenn ich so überlege, was die Wände kosten. Ja, dann lieber die Steine mitnehmen. Ach, da ist wieder einer. Nehmen wir erstmal den Baum hier. Ja, der wollte ja grad herkommen. Ach, nee. Das ist ein, äh, Spieler. Ach, Spieler nicht. Das ist ein, äh, NPC wieder. Der nur Steine hackt. Alter, wehe. Du greifst mich an. Da hab ich gerade voll drauf gewartet, irgendwie. Warum kommt man in ein Waldgebiet? Ja, das sind eigentlich computergesteuerte, aber, ähm, warum kommt man in ein Waldgebiet? Um Steine zu hacken. Der Baum ist weg. Was soll das denn? War auf, mir die Bäume wegzuholen. Na, jetzt kommt wieder einer. Nein, auch noch ein Giftspeier. Komm, schneller Beißer ist er, ist erledigt. Oh, den hab ich schon mal gehabt, ne? Das war eine Truhe. Komm, dann looten wir die noch. Die Dreh hätte ich dennoch noch gerne. Oder den Hirsch. Da drüben ist noch eine Kiste. Kann bloß nicht zu gierig werden. Könnte vielleicht nach hinten losgehen. Hä? Ach, wollte ich gerade sagen. Na gut. 20, 6, 64 oder was. Den hab ich. Ne, den hab ich nicht. Den hat der NPC. Erledigt. Oh, Klebstoff. Und dann lass ich den hier und. Kann ich den hier lassen? Hier, Dosen. Fuck. Bisschen Holz kann ich noch mitnehmen. Wenn's möglich ist. Wenn's mir erlaubt ist. Da ist noch ein Bäumchen. Gut. Steine mitnehmen. Wenn der Dusche macht Sinn. Ach, Inventar voll. Wer jetzt irgendwann, was ich essen kann? Ne. Nichts. Alter, nee. Jetzt wird's mir so lange so viel. Kann ja wohl nicht sein, dass die... ...immer so schnell ankommen. Ich steh da nur rum. Mach nix. Wie können die mich denn sehen? Aus so einer Entfernung. Ich seh die nicht mal. Ich seh die bloß auf dem Minimap nachher andrennen. So, das war's mir nicht. Inventar ist voll. Laufen. Ja, und jetzt noch, äh... Ja, das war's. Hier haben wir Steine, Eisenherz geholt. Da haben wir ein bisschen Holz geholt. Im Prinzip müssen wir das immer und immer wiederholen. Weil das halt so schnell immer leer ist wieder. Überleg mal, wenn ich jetzt hier Wände mache, dann ist das alles wieder weg. Und, ja, kann eigentlich wieder von ganz von vorne anfangen, fast. So, alles klar. Zehn Steine. Ah, immerhin. Und Holz. Aber auch nicht gerade so viel. Holz rein, Holz rein, Holz rein. Steine nicht. Ein bisschen geordnet soll das schon bleiben. Ich tausche die mal so. Kommen die nach unten, so. Zack. Gut, gut. Seile. Kommen hier rein. Pflanzenfasern habe ich ja diesmal nicht mitgenommen. Äh, ach Quatsch, hier war ja gar nichts. Was hatten wir jetzt noch? Der kann da rein. Der kann da auch rein. Ja, der auch hier, ne? Der auch. Und der war ja woanders. So, hier einmal rein. Achso, Steine auch. Jetzt habe ich ihn extra nochmal. Oh, kann doch nicht sein. Ist ja nicht umsonst. Brauchen wir ja sowieso wieder. Ne, nicht die Dusche. Einmal die Kiste. Äh, der hier rein. Zack. Oh, haben wir wieder 20. Das sind ja wieder ein paar. Verband, Verbände. Habe ich hier wieder reingeschmissen? Achso, läuft noch. Okay, läuft noch. Nochmal duschen? Ja. Naja, logisch. Muss ja. Ach, wir haben ja. Drinnen lassen. Zack. Einmal duschen. Für zwei Flaschen Wasser. Ja, und... Alles weitere würde ich sagen, wir gehen es langsam an. Ja. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr so viel riskieren. Trinken müssen wir auch. So 83. Ich weiß, wir sind hier in der Hütte. Wir brauchen eigentlich nicht so viel trinken. Wir brauchen eigentlich noch irgendwie was für Dosen mäßiges. Also leere Metallbüchse. Oder nicht. Am liebsten würde ich gleich nochmal hin. Oder den anderen Haien, Kiefern, da gibt es ja auch Bäume. Zwar nicht so viele, aber wenigstens Bäume. Weil da gibt es nicht so einen krassen Loot. Aber wenn ich wirklich nur auf Bäume aus bin, na dann reicht es ja aus, wenn ich nur da so mal zu dem Kiefern-Gestrüpp hingehe. Müsste ja den ausreichen. Oder was? Wie sieht es hier aus? Holz ist drin. Ach so, keine Möhren mehr. Ja, dann machen wir... Warte mal. Achte. Lass die mal noch wachsen. Irgendwann sind da 20. Dann mache ich jetzt erstmal Bieren. So. Bieren. Dann haben wir Bieren-Tee. Ich weiß gar nicht, was es bringt. Ob es mehr bringt oder nicht. Ich lasse mich überraschen. So. Dann hier einmal das. Okay. Dann war es das für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Liken, Kommentieren und ja. Abonnieren. Danke. Vielen, vielen Dank. Sollte ich am Anfang sagen, ne? Weil ihr bis hierhin guckt wahrscheinlich kaum einer. Trotzdem. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.